Das letzte Battle in Team Lena bestreiten Jasmin und Richard. What's going on in that beautiful mind, I'm your magical mystery, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright, my head's underwater, but I'm breathing fine, you're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections, give your all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Cause I give you all, 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 all of me, and you give me all, all, all of you, give me all of you. Cops on the table were both showing love, risking it all, though it's hard, cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections, give your all to me, give your all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Cause I'll give you all, 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 all of me, you give me all, all, all of you, all. Bravo! Zugabe, zugabe, zugabe! 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 Seid ihr bereit? Eine Zugabe! Die Zugabe von der Muhen L causa mit ihr beiden ich verbeuge mich für euch ihr habt es unglaublich gemacht egal was passiert heute mit diesem moment habt ihr the voice geschichte geschrieben ihr beide seid ausnahmetalente und es ist unfair dass ich einen von euch rausschmeißen muss und ich will gar nicht dass henning oder johannes irgendwas sagen weil ich will dass es schnell vorbei ist richard wenn du den mund aufmachst dann kommt gold raus jasmin so eine stimme wie du sie hast habe ich sie noch nie gehört und du bist eine der liebsten personen die ich seit langer zeit kennengelernt habe heute aus diesem bette wird weiter kommen richard es tut mir so leid jetzt jasmin jetzt dein moment richard du bist weiter du hast das battle gewonnen für dich geht es jetzt direkt in die sing-offs die atmosphäre auf der bühne einfach die zuschauer und dass jena auf einmal angefangen hat zu weinen das war total berührend und das war fantastisch das war echt krass das war grandios ich habe nicht zu viel versprochen lena ist eine wettkampf braut das war so großartig heftig ne deswegen bin ich schon siegesicher richard er ist ausnahme das ist geht gar nicht mehr ausnahme die ist mit allen wassern gewaschen also wirklich ich kann es nicht anders sagen ja der sieg ist eigentlich schon sicher das war